Agententraining 02 ist die abgespeckte Version vom Agententraining. Hier werden keine Hindernisse aufgebaut, es gibt nur ein Wurffeld in der Mitte des Turnsaals. Von dort muss weggeworfen werden und Bälle, die im Turnsaal herumrollen, müssen zunächst einmal aufgenommen werden und dann wieder in die Wurfzone zurückgebracht werden, bevor er erneut geworfen werden kann. Die Aufgabe der Spieler ist es, außen herum eine bestimmte Rundenanzahl zurückzulegen und dabei nicht getroffen zu werden. Und die im Wurffeld Befindlichen müssen natürlich versuchen abzuwerfen. Nach einer bestimmten Rundenanzahl werden die Gruppen gewechselt, sie sollten im Idealfall gleich groß sein und die andere Gruppe kann jetzt dann abwerfen, während die erste Gruppe ausweicht oder fängt und versucht, ihre Runden zurückzulegen. Natürlich kann man statt Runden auch eine gewisse Zeit vorgeben oder das Spiel so lange machen, bis kein Spieler von der anderen Mannschaft mehr übrig ist. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.